Der Insider wird Ihnen präsentiert von Wilhaben. Neu oder gebraucht? Völlig egal. Hauptsache mit der Wilhaben App. Wie zum Beispiel zum schönsten Wasserstoffauto, das in Österreich am Markt ist, nämlich der Toyota Mirai. Das angebotene Fahrzeug hat erst 2000 km am Tacho und leistet 182 PS. Der Strom für den verbauten Elektromotor kommt aus einer hochmodernen Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff betrieben wird. Dieser Mirai kommt in der sehr kompletten Advanced Ausstattung und natürlich mit Werksgarantie. Das Auto steht bei Toyota Reiter in Wels, Oberösterreich. Gesucht und gefunden. Natürlich. Mit der Wilhaben App.